Ändert sich meine Rentenhöhe, wenn aus dem vorläufigen Durchschnittsentgelt das endgültige Durchschnittsentgelt wird? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine ganz interessante Frage bekommt und zwar geht es um folgendes. Unser User bekommt zum 1.8. eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das sage ich erst mal Gratulation. Das endgültige Jahresentgelt wurde bereits der Deutschen Rentenversicherung mitgeteilt. Also bis zum 31.7. hat er schon sozusagen seine Rente sauber berechnet bekommen. Es wurden auch die Entgeltpunkte festgestellt für seine Rente. Also dann auch die persönlichen Entgeltpunkte. Er hat ja keinen Abschlag, ist ja eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und als Berechnungsgrundlage für die Berechnung der Entgeltpunkte aus dem Jahr 2019 und 2020 werden die vorläufigen Durchschnittsentgelte genommen, die in der Anlage 1 zum SGB 6 abgespeichert sind. Und jetzt kommt die Frage, sollte sich das vorläufige Durchschnittsentgelt zum Beispiel noch nachträglich verringern, beispielsweise durch die Corona-Pandemie, werden dann meine festgesetzten Entgeltpunkte auch nachträglich angepasst. Ja, in seinem Fall wird es ja so sein, wenn das vorläufige Durchschnittsentgelt sich dann verringert, als endgültiges Durchschnittsentgelt kriegt er höhere Entgeltpunkte. Seine Beitragsbemessungsgrundlage, also sein Lohn, sein Gehalt, was er bezogen hat bis zum Rentenbeginn, bleibt ja gleich. Nein, da wird nichts mehr passieren. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe hier gerade mal im Rechner aufgeschlagen, den Paragraf 70 SGB 6, und da steht folgendes drinne im Absatz 1. Für Beitragszeiten werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die Beitragsbemessungsgrundlage, das ist also der Lohn, der gemeldete Lohn, durch das Durchschnittsentgelt, Klammer auf Anlage 1, für dasselbe Kalenderjahr geteilt wird. Also, ich habe 50.000 verdient, Durchschnittsentgelt 2017 waren meinetwegen 37.000 Euro, dann werden die 50.000 durch die 37.000 geteilt, und das ergibt die Entgeltpunkte mit 4 Stellen hinterm Komma, bitte. Okay, ganz leichte Rentenberechnung für Beitragszeiten. Schwupps, schon haben Sie Ihre Altersrente berechnet. Und jetzt kommt aber der Satz 2 in dieser Vorschrift, und der sagt, für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und für das davorliegende Kalenderjahr wird das Durchschnittsentgelt, wird als Durchschnittsentgelt der Betrag zugrunde gelegt, der für diese Kalenderjahre vorläufig bestimmt ist. In unserem Fall ist es relativ einfach. Unser User bekommt die Rente im Jahr 2020, 1.8. Das heißt also, für ihn werden die Entgeltpunkte berechnet aus dem vorläufigen Durchschnittsentgelt für das Jahr 2020 und für das Jahr 2019 natürlich auch, so steht es im Gesetz, genau die gleiche Berechnung. Das heißt also, hier in diesem Gesetz ist klar festgelegt, wie die Entgeltpunkte für die Beitragszeiten, für das Rentenbeginnsjahr berechnet wird und das davorliegende Jahr. Immer mit dem vorläufigen Durchschnittsentgelt. Auch wenn schon bekannt ist, dass das vorläufige Durchschnittsentgelt dann geändert würde oder geändert wird, bleibt es bei dieser Regelung. Es wird immer das vorläufige Durchschnittsentgelt genommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.